Was geht ab, meine Siegfighter? Ose dir hier. Und gestern gab es die Movesets zu Bardock und Broly und unter anderem ihre Dramatic Finisher. Hat sich nur herausgestellt, dass es statt 3, 4 Dramatic Finisher gibt. Ein User hat mich darauf hingewiesen in den Kommentaren dazu, dass er Suffert bzw. Schaffert U, je nachdem. Vielen lieben Dank für die Erinnerung, Mate. Er hat auch direkt einen Link dazu gepostet, wie das aussieht. Und das hat unser Boy Rhyme Steel Rhyme Style auch an der Stelle vergessen gehabt, bzw. hat er ihn daran erinnert. Lieben Dank dafür. So hast du es immer gerne gesehen und deshalb gibt es hier noch den letzten Dramatic Finisher zu sehen. Für den letzten Dramatic Finisher müsst ihr demnach Freezer als euren eigenen Charakter nehmen und Bardock besiegen. Und zwar müsst ihr Bardock nicht mit einem Heavy Punch, mit einem schweren Punch besiegen, oder finischen im Weltraum. Spielt jetzt das Ganze auch ab. Sondern mit einer Teleportationstechnik auf der PS4 wäre das Dreieck- und Kreiskombo. Mich hat eh schon an der Stelle gewundert, warum es andersrum nicht so ist. Bardock gegen Freezer gibt es einen Dramatic Finisher, aber Freezer gegen Bardock nicht. Demnach gibt es sie aber hier jetzt zu sehen. Den letzten Dramatic Finisher des neuen DLCs. Viel Spaß! Decideisting Ich habe Sitzung Oh, und ... und ... Ihr Leben ... Das ist das letzte Mal! Freeza! Quick!